So, das ist heute mein erstes Outdoor-Feuer im neuen Garten, also trinken wir mal auf das Mercuria, dass es allen Glück bringt und dass wir heute alle gut drauf sind. Brille hängt schief Frau Glaser, Prost ihr Süßen. So, und wir taufen den Besen. Achtung, hier drehen um, Katastrophe. Filmen und umdrehen und taufen. So, wir taufen den größten Hexenbesen aller Zeiten im Namen Odins, Tors und Lokis, ja, mit einem Spritzer Prosecco. So, habt ihr jetzt nicht gesehen, gell? Auf den Namen Methusalem. Mögen alle bösen Geister verwehen und die guten Geister eintreten. Möge Methusalem uns einen tollen Hexenkongress bescheren. Mögen wir viel lachen und viel Freude mit ihm haben. Und möge er uns so manchen Besenritt bescheren. So, da, das erste Outdoor-Feuer, aber irgendwie ist die Flamme schon wieder kleiner geworden. Aber es hat vorhin schon mal anständig brennt, aber das ist noch alles ziemlich nass drin. Aber es geht sich eh aus. Passt eh. Und hinten geht die Sonne unter, ein Traumtagerl. So, jetzt warte ich dann einmal, bis der Rest kommt und dann werden wir auf den Methusalem ausstoßen, gell? Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bussi!